Ja, Hallihallo. Ich habe mich mal dran gemacht und habe da einen kleinen Python-Skript nachgebaut hier zum Aufnehmen über CV von der Kamera und habe das mal eben abgetippt. Ich habe mir hier oben zwei Zeilen Remark gespart und will das Ding jetzt mal ausführen. Und siehe da, Rums Radarazon, er findet hier Bild nicht. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Bestandteil von OpenCV. OpenCV habe ich mir auch installiert und zwar über dieses, jenes welches hier, sudo, upget install und so weiter. Ich nutze Ubuntu 13.04. Habe gedacht, mach das mal so. Dann habe ich noch ein paar Libraries nachinstalliert, weil ich dachte, geht nicht so wirklich. Ja, für das Bild aufnehmen scheint das nicht zu funktionieren. Hier, mache ich irgendwas falsch? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendein Modul nicht installiert, was du installiert hast und ich nicht? Wäre schön, wenn ich eine Antwort kriegen könnte. Ansonsten, super Tutorial, mach weiter so. Strukturier das noch ein bisschen, gib den Ding an Nummern. Dann weiß man, wo man ist, weil einige sind nicht mit Nummern betitelt, so wie ich das Gefühl habe in deinem Channel bei YouTube. Und ansonsten, danke schön fürs Tutorial. Es bringt mich dem Python ein bisschen näher.